Der PowerMonkey Xtreme ist der mobile Energielieferant für unterwegs. Er besteht aus dem Solarpanel und aus dem 9000 mAh Akku. 9000 mAh reichen aus, um mein Smartphone vier bis sechs Mal komplett aufzuladen. Wenn ich keine Kabelsteckverbindung dran habe, dann ist der Spritzwasser geschützt, beziehungsweise sogar gegen kurzweiliges Untertauchen. Ich habe drei Möglichkeiten, den PowerMonkey Xtreme aufzuladen. Möglichkeit 1 über das Solarpanel, Möglichkeit 2 über den Stromadapter. Falls das mal auf Reisen geschehen sollte, habe ich auch noch drei weitere Netzadapter dabei. Und über den USB-Port vom Rechner. Ich kann den PowerMonkey Xtreme gleichzeitig laden, aber er kann auch gleichzeitig die Energie wieder abgeben an zum Beispiel ein Smartphone. Natürlich kann ich nicht nur Smartphones mit dem PowerMonkey Xtreme aufladen. Ich kann neben Tablet-PCs auch normale Mobiltelefone oder GPS-Geräte aufladen. Dafür sind im Lieferumfang zahlreiche Adapter vorhanden.